Was wird im Moment für eine Arbeit gemacht hier? Ja hier unter der eigentliche Widerlage von der Hängeseilbrücke, da kommt noch so ein Streifenfundament drunter und da sind wir das Eisen am fertig machen für den Korb, der auch näher einbetoniert wird und muss alles auf Länge angepasst werden, weil wir sind jetzt auf Felsen gekommen, also festen Boden, da braucht der Korb nicht so groß gemacht zu werden und da setzt sich auch nachher das eigentliche Widerlager von der Brücke drauf auf dieses Fundament. Was habt ihr gemacht jetzt, die Rennen geschalten? Ja, das ist oben abgeschalten, haben wir vorbei, die Gäste haben wir noch die Wechselhübe gemacht und jetzt morgen fangen die an, die Renitzpatroner zu holen, das darf ja keiner schaffen, das ist das Asbest. Die Ränder sollen noch verdacht geblieben. Die Gemeinde braucht sie noch. Dieter, wo hast du das Grimmis hier? Moin, wo klappt's? Alles klappt. Seid ihr nochmal Schweißbahnen am Lähe jetzt? Ja komm mal rein, dann siehst du das. Hier muss noch abgeklebt werden, dass hier kein Wasser in den Boden reinkommt, in die Dämmung. Weil hier ja Wasser reinkommt. Sechzig im Gesamtbereich. da geht. Jetzt bin ich hier drauf. Da geht's los. Das ist vorbei. Das ist unten. Da geht's los. Ja, ich bin hier drauf. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.